Mit der Kraft der Wunder und Fantasie habe ich eine Welt für die Vergessenen, die Ungeliebten erschaffen. Aber dieses einst so wunderschöne Land wurde zugrunde gerichtet. Von einer törichten Maus. Doch jetzt naht die Rettung dank großem Mut, lange vergessenen Freunden und der Kraft der Farbe. Nur so kann aus einer törichten Maus ein epischer Held werden. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung des ZDF, 2020